So, wir speichern schnell. Äh, ein Baum. Ein Wald. So rum. So. Dadurch, dass jetzt hier Ding ist, sollte perfekt, sollte der eigentlich relativ fix dieses ganze Eisenärzte rausziehen. Das heißt, wir sollten theoretisch nicht mehr auf Lager voll warten müssen. So. Gut, wie viele Tonnen hast du noch? Zwei. Was reicht für den? So, das hat sich ja super gelohnt. Kannst ja hier wieder zurück. Können wir dich noch mal reparieren. So. Ihr sollt nicht zurück. Ihr seid hier meine Steuerung 1. Äh, eigentlich seid ihr meine Steuerung 2. Also eigentlich seid ihr hier meine Steuerung 2. So. Ihr hier unten, ihr seid ja meine Steuerung 1. Gut. So. So. Interessant finde ich, dass ich nicht mehr darüber informiert werde, dass der Konkurrent seine Städte ausbaut. wird der Wald fertig, weil dann würde ich nämlich mit denen auf die Angriffe gehen und dann hoffen, dass das erstmal für diese Insel reicht. Dann werde ich das in der Insel wahrscheinlich ähnlich fabrizieren. dass ich da erstmal mir einen Platz schaffe und dann irgendwo siedle. Zum Beispiel hier unten. Weil ich glaube, die Insel ist ein bisschen stärker erschlossen. Da wird das Siedeln gar nicht so einfach. Da wird das Besiedeln gar nicht so einfach werden. Da zäunt er sogar dem Blödsinn ein. Also das ist echt lachhaft. Soldaten sind ausgebildet. Super. Dann flutsch doch mal darüber. Soldat. Okay. Und wenn die dann da sind, dann würde ich jetzt gerne nochmal speichern. Spielstand gespeichert. Weil ich die leise Hoffnung habe, dass das dann ausreicht, um diese verbleibenden drei Türme auszuradieren. Dann kann ich auch wieder... Ja. Kann ich da auch wieder ein paar Sachen wegschubsen. So, und ihr könnt jetzt hier mal sagen, Holz hoch, Steine hoch. So, und ihr seid jetzt Steuerung 3. 3 war eigentlich mein Schiff hier unten, aber das ist mir gerade egal. Und auf geht's. So. Wunderbar. Okay. Das habe ich jetzt. Dann würde ich dich angreifen wollen, also dich wegschießen wollen. Wunderbar. Super. Und damit ist die Insel von ihm befreit. Perfekt. Perfekt. Wunderbar. Wir haben seine... seine... seine Ressourceninsel zerstört. Und damit kriegt er eigentlich auch keinen Nachschub mehr. Spielstand gespeichert. So. Und wie gesagt, wir lassen ihn jetzt aushungern. Und was wir jetzt hier halt machen können, ist mit diesen Zweiern... Ach ja. Kriegsmodus. Spielstand gespeichert. Speichern. Spielstand gespeichert. Super. Okay. Ähm. Dann würde ich mit den Zweiern... Das sind ja die hier. Den Turm hier... Den Turm hier platt machen wollen. So. Und da würde ich eigentlich hier oben sagen... Dich brauche ich nicht mehr. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Dich hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Aber eigentlich finde ich das gerade ganz sympathisch. So. Du bist angekommen. Dann kannst du hier repariert werden. So. Ich brauche deine Kanonen da unten eigentlich auch gar nicht mehr. Zack. Zack. Dann würde ich... Euch mal angreifen. Und hier unten bei eins... Den da. So. Dann würde ich den da mal platt machen. Okay. so bei euch beide muss ich jetzt wieder retten euch beide muss ich retten und ihr dürft heute oben halt hier noch wieder ein bisschen reparieren was ist mit dir du brauchst noch ein bisschen du bist okay du bist okay du bist okay okay die anderen beiden reparieren sich gerade mal ein bisschen die 1er hier unten die greifen an da so spiel stand gespeichert wunderbar chips reparatur beendet ausgezeichnet dann kann der nämlich jetzt wieder auf seine route wobei war dann mal du kannst erst mal die kanon ausladen dann würde ich bei dir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen werkzeug wieder produzieren so und dann kannst du jetzt auf deine route so und du kannst dich schon mal reparieren ausgezeichnet und dann können wir hier sagen spiel stand gespeichert und dann kann man hier sagen das geht nicht mehr das geht nicht mehr das geht nicht mehr und dann kann ich das eigentlich wieder zurückfahren so eigentlich kann der spaß zurückgefahren werden den brauche ich jetzt auch nicht mehr so war das mal wieder weg ich werde die soldaten bald nehmen und übersetzen da muss ich mir noch einen hübschen platz suchen wo ich landen kann vielleicht wirklich da wähle ich ja wie gesagt mit meinen soldaten eigentlich mit meinen schiffen die soldaten aus dem aus der reserve pflücken will der ist bald fertig ihr könnt angreifen ausgezeichnet gesichert so wie viel hat der noch naja jetzt ist so ein zustand erreicht wo es relativ stabil wird ein schiff wurde repariert sehr schön dann kann das andere auch repariert werden dann kannst du wieder zu deinem verbund so und du kannst jetzt ausladen ach so das geht gar nicht gut ähm wegwerfen will ich den scheiß aber eigentlich nicht deswegen fahren wir ihn lieber mal da runter da kann man ja auch ressourcen gebrauchen es gibt erstaunlich viel kanoniere hier also soldaten da gibt's welche da gibt's welche da gibt's welche da gibt's welche da gibt's eigentlich um jeden markt die zahl ist jetzt für mich in meine augen relativ stabil okay sie sinkt immer wieder so ein bisschen aber es ist immer um die 450 rum das heißt weiter hungern können wir ihn eigentlich kaum wir könnten versuchen in die insolvenz zu treiben aber ich glaube das kriegt man nicht hin sooo ach je der lernt sein wenn ich so das wird reparieren wir sind schon wieder von piraten angegriffen worden sodann darfst du wieder da hoch darfst du auch wieder dahin stoff wir sind jetzt gar nicht so die mangelware langsam wird so wunderbar okay ich weiß gar nicht warum der menschen konto haben hält mir gerade ein okay das geht nicht dafür ruhig kann und mir so ja ansonsten ein schiff wurde repariert eigentlich nichts besonderes mehr so du kannst dich reparieren und du hast du eine route nee du warst einfach du warst ja ja genau du warst in einem verbund kannst haben wir hinfahren so und ihr könnt schiffsreparatur beendet wunderbar und dann kannst du einfach wieder deine route beschreiten so so Also die Universität kann doch wegen mir haben, weil er das für ihn unnötige Kosten erzeugt. Aber seht ihr, hier sind wir noch 450, 450, 451. Also da ist er jetzt relativ stabil. Es sei denn, ich komme jetzt wirklich auf die Idee, okay, wir sind wieder alle. Dann würde ich doch mal sagen, du bist fällig. Obwohl, warte mal, wir gehen vielleicht doch mal da hin. Ja, die bleiben da, weil sie eben nichts machen können, genau. So, an den komme ich nicht ran, dann würde ich doch mal den zerstören. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ja, voll die mondäne Villa da hinten. Okay, zwei, hier, bitte. Oh, sieh. Oh, sieh. sagt er raus raus ja okay das war jetzt also brauchen wir wieder ein schiff das war jetzt bitter sonst habe ich es immer gut geschafft die dinger zu retten aber jetzt ging es halt wirklich einfach gar nicht war ein scheiß winkel also muss ich auch ganz ehrlich sagen so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017